Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um unsere Solaranlage. Jetzt könnte man denken, um diese Jahreszeit, wieso Solaranlage? Ich glaube, es ist der ideale Zeitpunkt für alle, die sich Gedanken machen, sollen wir nächstes Frühjahr eine Solaranlage aufs Dach schrauben, sich jetzt die entscheidenden Gedanken zu machen und dann rechtzeitig auch Handwerker und Material zu bestellen über den Winter. Viele von euch haben mein Video gesehen, wie ich nach zwei Jahren ausgerechnet habe, ob sich die Solaranlage gelohnt hat. Und heute soll es um die Powerwall von Tesla gehen. Ihr wisst ja, wir sind große Tesla-Fans, haben ein Model 3 kürzlich gekauft und deswegen war natürlich auch der Gedanke, eine Tesla-Powerwall zu kaufen, relativ naheliegend. Und wie es mir damit gegangen ist, erzähle ich euch in diesem Video. Lasst mich vielleicht zunächst nochmal für euch kurz die grundsätzliche Situation, die man mit einer Solaranlage hat, darstellen. Letztendlich ist das Hauptproblem ja, dass Produktion und Verbrauch meistens nicht zusammenpassen. Der Solarstrom entsteht unregelmäßig, nachts gibt es keinen, tags gibt es viel, im Winter gibt es kaum bis wenig und im Sommer besonders viel. Man sieht das ganz schön hier auf unserem Jahresüberblick vom Jahr 2018. Das ist das komplette Jahr, was ich habe. Wieso im Laufe des Jahres die Produktion unterschiedlich ausfällt, wobei erstaunlich ist ja, dass man doch im April und im Oktober noch ziemlich viel Strom erzeugt. Das habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, dass wir zwar im Sommer eine höhere Sonneneinstrahlung haben, aber dafür ist es auch heißer, was für die Solarzellen nicht so gut ist. Deswegen haben wir oft die produktivsten Tage gar nicht unbedingt im Juli, August gehabt. Ich glaube, dieses Jahr war der 1. Mai tatsächlich der Tag mit der höchsten Energieausbeute aus der Sonnenenergie bei unserem Dach. Klar, und auch am Tag sieht man hier ganz deutlich, wie das unterschiedlich ist. Zwischen 9 und 19 Uhr hat man normalerweise eine ordentliche Stromerzeugung, die natürlich davon abhängt, wie das Wetter ist. Darauf werde ich in einem anderen Video nochmal genauer eingehen. Der Verbrauch entspricht aber überhaupt nicht dieser Erzeugung. Man verbraucht tagsüber eigentlich wenig Strom, da wo am meisten erzeugt wird. Man verbraucht vielleicht sogar eher mehr im Winter, wo wenig Energie auf dem Dach entsteht, weil man halt mehr Lichter anhat, weil es dunkler ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Tag anschaut, das war der 12. September, da sieht man jetzt zum Beispiel, dass über Nacht diese Mama den Tesla geladen hatte mit 4 Kilowatt, damit sie am nächsten Tag eine größere Fahrt machen konnte. Dann beginnt so um 8 Uhr die Sonneneinstrahlung auszureichen für die Produktion. So ungefähr zwischen 12 und 16 Uhr würde die dann ausreichen, um auch den Tesla zu laden. Dann haben wir das Laden beendet. Dann sieht man, dass wir aber tagsüber eigentlich normalerweise gar nicht so viel verbrauchen, nur diese Grundlast von 300 Watt. Und dann sieht man eben abends, wenn die Sonne eigentlich schon wieder untergegangen ist, da geht dann das Kochen los, wird vielleicht noch was in den Backofen gemacht und dann noch die Spülmaschine angestellt, hier kurz vorm Schlafen gehen. Das bedeutet, dann wenn man die Energie braucht, ist sie eigentlich nicht da. Und dann wenn man sie hat, braucht man sie eigentlich nicht. Und deswegen geht der größte Teil der bei der Photovoltaikanlage erzeugten Energie eben nicht in den Eigenverbrauch, sondern ins Netz. Unser Eigenverbrauch war, bevor wir den Tesla hatten, irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent. Und seit wir den Tesla haben, ist einerseits unser Verbrauch natürlich erheblich gestiegen, andererseits eben auch der Eigenverbrauch, weil wir den immer mal wieder tagsüber angehängt haben. Der Eigenverbrauch ist inzwischen bei 45 bis 50 Prozent. Das heißt, nach wie vor gehen 50 Prozent der erzeugten Energie ins Netz und werden für 12 Cent dort abgenommen. Das ist die Grundsituation und die naheliegende Idee ist natürlich, mit einem Speicher diese Energie statt für 12 Cent den Stadtwerken zu schenken, zu sammeln und dafür dann selbst zu verbrauchen, tagsüber da, wo man sie braucht. Zum Beispiel zwischen 19 Uhr abends und 9 Uhr morgens, wo wir eben diese konstanten 300 Watt eigentlich brauchen. Das wären etwa 3 Kilowattstunden, die man sozusagen über einen Speicher gut gebrauchen könnte nachts, den man tagsüber aufgeladen hat. Oder, dass man eben zum Beispiel den Tesla nicht nur tagsüber, wenn die Sonne scheint, mal schnell einsteckt. Das könnte doch viel praktischer sein, wenn man einen Speicher hat. Weil wir Tesla-Fans sind, haben wir halt gedacht, kaufen wir doch eine Powerwall. Und zunächst mal haben wir halt gesehen im Internet, 6.000 Euro habe ich irgendwo gelesen, kostet so eine Powerwall, klingt ganz vernünftig. 13,5 Kilowattstunden, das ist ja eigentlich eher eine ganze Menge. Und dann sind wir eben online gegangen in unseren Account bei tesla.com und haben sie dann eben hier bestellt. Ihr seht das hier, der Vorgang ist praktisch so. Man macht eine Reservierung, wie beim Model 3 eigentlich, für 100 Euro. Bestellt man praktisch eine Powerwall und dann soll praktisch ermittelt werden, wie viel wirklich nötig ist an Anschlüssen, um die dann im Haus zu installieren. Und dann bekommt man ein wirkliches, endgültiges Angebot und kann sich dann entscheiden, ob man sie kauft. Ich habe also die Powerwall bestellt, habe die 100 Euro bezahlt und habe gewartet. Dann habe ich nachgefragt und dann habe ich nochmal gewartet und dann habe ich nochmal nachgefragt. Und alle waren sehr nett, aber es hat halt eine Weile gedauert. Dann kam noch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, einen Handwerker zu finden, der von Tesla auch autorisiert ist, das zu tun. Und die ersten, die von Tesla angefragt wurden, haben dann nach einigen Tagen gesagt, nee, das sei ihnen doch zu weit weg, das würde sich für sie nicht lohnen. Und dann haben sie weitersuchen müssen, bis sie einen anderen Handwerker gefunden haben, der dieses Ding bei mir installieren würde und der auch autorisiert ist von Tesla. Und dieser zweite Handwerker, der war aus Ravensburg und hat mich dann angerufen, hat gesagt, ja, also das sei ihm aber jetzt zu weit zu kommen, das sei zu aufwendig und ich soll ihm doch Fotos schicken. Dann habe ich ihm Fotos geschickt, dann hat der Nachfragen. Das war dann so einen Monat, nachdem ich die Bestellung abgegeben hatte. Und dann ging es eigentlich sehr schnell. Ich habe dann auf die Nachfragen reagiert sofort und wir haben dann auch mal kurz geskypt und ich habe ihm das alles unten im Keller gezeigt, wie die Lage ist. Das ist ja doch ein ziemlicher Kasten, der muss ja irgendwo hinpassen. Die Wand muss das tragen können, die Anschlüsse müssen auch passen. Man braucht eine WLAN-Verbindung, noch eine zusätzliche und so weiter. Und daraufhin hat er mir dann innerhalb von zwei Tagen ein Angebot erstellt und das habe ich dann bekommen. Und blende das euch mal hier ein. Und dann ist es eben so, dass man zusätzlich zur Powerwall schon von Tesla-Seite noch weitere Geräte braucht, um überhaupt das Ding an den Wechselrichter und an die Solaranlage anzuschließen. Ich kenne mich in diesem Bereich überhaupt nicht aus. Da schaut ihr euch die Videos an, von denen, die das technisch auch begreifen. Was ich verstanden habe, ist, dass diese Powerwall am Schluss 11.500 Ungrad gekostet hat, inklusive Mehrwertsteuer. Und vier Wochen Zeit, ob ich dieses Angebot annehme oder nicht. Speicher amortisieren sich wirklich sehr spät. Also ich glaube, 25 Jahre hätte ich mal gerechnet, dass dieser Speicher braucht jetzt bei diesem Preis, um sich zu amortisieren. Weil natürlich der Unterschied zwischen Powerwall kostet 6.000 Euro und bis er dann wirklich drin ist, kostet er 11.5. Ist natürlich schon doch groß. Und 25 Jahre, da weiß man tatsächlich nicht, ob die Powerwall so lange hält. Außerdem fiel mir dann irgendwie auf, dass zwar 13,5 Kilowattstunden eine ganze Menge sind. Und ich damit natürlich lustig die 3 Kilowattstunden speichern kann, die ich nachts brauche. Auf der anderen Seite, um einen Tesla zu laden, sind 13,5 Kilowattstunden auch nicht wirklich viel. Also die saugt er ja in 0, nichts leer und hat dann immer noch Hunger. In der Summe habe ich mir dann überlegt, warum soll ich eigentlich für 11.500 Euro 13,5 Kilowattstunden Speicher kaufen, wenn ich doch 75 Kilowattstunden Speicher vor der Tür stehen habe. Und deswegen habe ich nach der Bedenkzeit die Bestellung wieder storniert und dann bekommt man auch innerhalb einer bestimmten Frist wieder die 100 Euro Anzahlung zurück. Jetzt habe ich das Problem nicht gelöst, aber bin einen Schritt weiter und etwas klüger. Und die nächsten Schritte, und darum soll es in weiteren Videos gehen, sind dann die Anlage zu erweitern, um mehr Strom zu produzieren. Ein bisschen Platz wäre noch auf dem Dach, aber so einfach ist es auch nicht, wie ich dachte. Den Tesla besser als Speicher nutzen als bisher, damit ich nicht immer nach der Sonne gucken und an- und abstöpseln muss. Dafür gibt es ja eine technische Lösung, die verrate ich euch demnächst. Und als Speicher, um vielleicht nachts auch den eigenerzeugten Strom nutzen zu können, eine andere, kleinere, vielleicht sogar intelligentere Lösung zu finden. Und auch dafür habe ich schon Ansätze, möchte mich aber erst noch ein bisschen damit beschäftigen. Lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert gerne, was ihr zu diesem Thema noch zu sagen habt oder für Fragen habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, euer Dieser Dad.